Hallöchen und Willkommen zu einer etwas anderen Aufnahme. Wir schauen uns hier eine wunderschöne Burg an, aber wem gehört diese gute Burg denn wohl? Willst du dich mal vorstellen? Hi! Hey! Hi! Ja, Black Seal ist auch dabei! Also, wir machen hier so eine kleine Serveraufnahme mit dem guten Black Seal und der guten... Wo ist sie denn? Ich fliege gerade um meine Burg, um sie in der Aufnahme von mir zu zeigen. Oh Gott! Oh, sie fliegt schon weg! Nein, nein! Ich fliege nur einmal um meine Burg rum, die ungefähr zu 15% fertiggestellt ist. Gehen wir alle mal zum Boden? Ich habe kalte Füße! Ich brauche warmen Boden! Und zwar ist... Das sieht schon richtig schön aus! Ineffective ist hier vor euch zu sehen! Sehr schön! Und jetzt mal für meine Aufnahmen. Heute dabei der Saske und der Plextil. Hallöchen! Hallo! Ja, wie schon gesagt wird eine etwas andere Aufnahme. Wir haben uns jetzt gerade meine Burg angeschaut. Wir spielen auf dem Cityville-Server, einer der bekanntesten Minecraft-Server. Hier habe ich gestern angefangen zu bauen, die anderen beiden sind schon etwas länger da. Und wir schauen uns einfach mal so an, was die Vollspasten hier so alles bauen können. Ja, bei meiner Kreativität und meinem grenzenlosen Reichtum natürlich. Nehmt bitte meine Beleidigungen nicht so ernst, das steht auch unter meinen Videos überall drin. Das ist eigentlich alles nur scherzhaft gemeint. Ne, ich mache das selber ja auch ganz gern, also von daher trifft sich das ganz gut. Ach ja, wir spielen heute übrigens den Schneeball-Simulator 2014. Erkennt man ja direkt hier, ne? Hier Leute, hier da, damit ihr auch simulieren könnt, bitteschön. Ja, wo seid ihr jetzt, Mensch? Hier. Hier nehmt euch Schneebälle, wir spielen heute Simulator 2014. Okay, dann wisst ihr aber... Warte hier nochmal für dich. Dann wisst ihr aber schon, wer verlieren wird, oder? Haha, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist blöd. Also, der Simulator legt sich ein bisschen an Minecraft an, ist auch eigentlich recht gleich von der Engine her. Man kann genauso gut craften, man kann Sachen an die Wand pappen, obwohl sie nicht kleben sollten. Es funktioniert alles recht gleich, aber der Simulator ist einfach besser als Minecraft. Das muss man einfach mal so sagen. Außerdem macht er mehr Spaß. Warum treffe ich mich nicht? Ah, beworfen! Die VP ist raus, ne? Oh, schade, das wäre jetzt witzig. Ich habe übrigens Schneeball-Überschuss, weil ich dauernd baue und mit der Schaufel die Erde verkaufe. Ich glaube, wir müssen bald mal alles machen. Ey, was? Was? Du hast mein Schild runtergeschossen. Oh, oh, das tut mir leid. Und der Schild! Dafür wirst du büßen, dafür wirst du büßen, dafür wirst du büßen! Oh, das tut mir leid. Das war eigentlich keine Absicht. Sehr toll. Und wo ist jetzt das Item, was da hing? Was war denn das eigentlich? Das war Redstone. Ach, das Redstone habe ich schon eingesammelt. Okay. Okay, gut. Hätteschön. Und das hier ist also meine kleine bescheidene Burg, die ungefähr noch fünffach so groß wird. Recht bescheiden. Bescheiden, ja. Überhaupt sehr bescheiden. Das ist im Vergleich zu meiner Wohnung riesig. Das ist schwer. Ich würde unbedingt mal ne Redstone-Schaltung zeigen hier. Ich habe mich voll gefreut, weil ich sowas bauen kann hier, ne? Guck, es erntet alles von alleine ab. Yeah. Yay. Achso. Immer. Oh Mann, ich, ich müsse auch mehr so ein Ding bauen irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr über die Felder zu rennen. Hehehe. Let's deal. Kommt jetzt alles hier unten raus? Zack. Nee, du sammelst jetzt meine Sachen ein. Ah, ja, ja, die ganzen EP und alles. Ne, okay, nicht EP, sondern hier. Nee, die EP nicht aber. Erntezeugshalb. Aber das hängt jetzt eh alles irgendwo fest, glaube ich. Ah, doch, ich hab was eingesammelt. Guck, ja. Ja, das funktioniert noch nicht so, wie es soll. Das hängt hier alles noch irgendwo fest. Guck, da. Ja, hab ich hingeschipsen. Wie sieht's hin? Ja gut, dann, äh, musst du die mal weitergeben. Und meine Kartoffeln? Hab ich nicht. Ah, toll, die hängen jetzt hier irgendwo in der Erde. Jaaaaaa. Nein. Super. Nein. Weiße. Wunderbar. Ja, ich sehe sie. Redstone Schaltung. Oh ne. Ich hab sie. Oh stimmt, ich merke grad, ich hab gar nicht Musik angemacht. Das wäre vielleicht auch noch schlau. Oh stimmt, hab meine auch nicht. Ach, egal. So. Ja, ja. Passt schon. Die ersten paar Minuten ist ja nicht so schlimm, wenn man keinen Zauber hat. Oh, ich hau sie einfach nach der Folge rein. Oder so, ja. Genau. Ich mach das auch. Ich vergesse. Brauchst du Hilfe? Wobei. Äh, du kannst nix anhauen. Beim Anpflanzen. Ach doch. Ah ne, stimmt. Stimmt, ja. Hab ich ganz vergessen. Äh, es geht schon. Ich kann nur zu. Gehen wir mal weiter? Oder wollen wir immer hier noch rumgammeln? In dem Spiel? Ja, ja. Wir gehen gleich weiter. Ich muss noch schnell meine Sachen machen. Ich geh noch schnell Hühner füttern. Dann können wir weiter. Hey. Plupp. Ich geh mal vor. Ich bin fertig. Entschuldigung, dass wir jetzt so lange hier hängen. Ja, ja. Aber ich finde einfach meine Box so geil, ne. Die muss unbedingt zehn Jahre in der Aufnahme drin sein. Mh. Sicher. Ne, wir können weiter. Plupp. Ah. Wapnot Front. Klar. Minecraft Cityville, du packst wieder rum. Ja, Black Steel. Dein Mikrofon übersteuert ein bisschen Black Steel. So ein kleines bisschen, ja. Oh, 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 oh. Warte los. War so laut. War so laut. Warum kann man kein Brot verzaubern? Was für einen Sinn hätte das denn? Man kann, man kann, man kann auch ein Stöckchen und ein Fleisch verzaubern. Das hat einer gemacht. Bei, mit Wenz ist er immer mit, immer. Essen war ja erlaubt. Ob ich verzaubert ist, ist nie in den Iggen gestanden, weißt du? Okay, interessant. Ich hab grad ne Schaufel auf Level 4 verzaubert, Haltbarkeit 1 und Effizienz 1. Das ist geil. Plupp. Ich heule euch gleich. Ja, sag Bescheid, wenn du gesendet hast. Mein Chat ist ja aus. Mein Chess ist ja aus. Oh Gott, mein Deutsch war schon wieder. Das passiert mir so oft in der Aufnahme, dass mein Deutsch einfach vollkommen versagt. Aber meine, meine, meine Zuschauer kennen das ja und die kennen ihn. Aber mir auch. Ach ja, alle seine Zuschauer? Äh, 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 Schleichwerbung, äh, äh, abonniert mich, äh, äh, äh. Ja. 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 Äh, äh, äh. Ich bin der Beste. Meine Let's Plays sind besser als Kronk. Ich bin besser als Kronk. Ich bin besser als Gronkh und besser als Oskar. Ja, natürlich. Oh Gott, dieses Niveau sinkt schon wieder. Meine Abonnenten sagen was anderes. Ne, wahrscheinlich schreiben sie jetzt drunter... Ja, die Frau hat recht. Ja, also die Franzi, die ist viel besser als du und besser als Gronkh. Ich hab das gescheckt, Franzi. Ich glaub, mir musst du das auch noch schicken, nicht? Ja, cool, ich bin hier noch ganz alleine. Ich kann hier nicht, ich kann hier nur den, äh... Ne, was nennt das? Schafe beim Laufen zusehen. Oh Gott! Ich wollte fast als hätt ich grad fast ein Stein von dir abgebaut aus versehen. Ich hab vergessen, dass meine Axt verzaubert ist, hab drauf losgekloppt. Ja, ich hab's grad gemerkt. Oh Mann. Griefing! 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 Gesendet, 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 gesendet. Grief! Griefing! So, und jetzt komm ich mal zum Wort. Ich bin hier auf dem Palma-Gelände. Das kostet auf dem CityWare-Saver etwa... Watt, 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 was da da? Das kostet ein Tausender. Ich hab hier gebaut und ja... Wunderschön. Fast soweit fertig. Ich hab's aus Holz gebaut. Es gibt gewisse Regeln, die man, äh... Warten, es ist keine andern... Keine... Dies und das Blöcke. Das könnt ihr alle auf der Seite nachlesen. Bei äh... Bei... Blablabla... 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 Und nochmal Blablabla... Und äh... Die... Die wichtigste Regel natürlich... Griefing ist äh... Natürlich erlaubt bei ihm. Grief! Grief! Das... 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 Das hat der... Das hat der... Das hat der gute Blacksteel am liebsten, wenn man grieft. Ich hatte griefe! Ich mein, ihr seht ja auch voll wie gut das klappt, ne? So! Was ich jetzt neu eigentlich zugefügt sind, die Lampen. Die kann man jetzt einmal schalten und blub! Uh! Oh, genau! Lampen! Funderschön. Wuiiii! Es ist sowas von... Es ist sowas von... Unglaublich! Was? Ähm... Boah ey, das ist voll hoch für mich! Wie hast du denn das gebaut? Und unten ist mein... Unten ist mein schöner Pool! Yay! Und wir machen jetzt nen Köpfer! Wuhuu! Ich will baden! Wo ist... Wo ist er? Hier unten! Nein! Ich lauf hier falsch! Ah! Da unten! Ah! Da unten! Ach ne kurze Anmerkung zwischendurch! Man kann hier fliegen, wenn man für den Vote... Äh... Für den Vote-Server... Genau! Wenn man für den Server voted, kann man hier fliehen! Wo ist er da? Ach hier! Hä! Sasuke! Sasuke! Jaaaa! Er macht Musik! Ich mach keine Musik! Kann sie überlegen? Interessant... So! Alta! Ach ja! Ach ja! Ich wollte ja alle meine Entchen machen! Aber es wird ja immer höher, wenn man öfter klickt! Ach, hier. Ich hab's erst jetzt gesehen. Unsere Ineffective ist richtig musikalisch hier. Ja, ich wollte alle meine Entchen machen, aber es geht nicht. Also, alle meine Entchen. Ihr müsst mitzielen. Psst, seid ruhig. Hätt ihr es nicht? Wui. Lass uns alle tanzen, warte. Warte mal, wie geht der Robot? Plexi, dein Tanzstil, boah ey, wie machst du den? Ich will auch. Stehenbleiben, yeah. Komm, warte, lass uns mal Tango tanzen. Warte, es geht bestimmt irgendwie. Warte so. Jetzt sind wir immer rechts, rechts, links, links, okay? Ja. Also, drei, zwei, eins. Eierpusser. Eierpusser. Oh Gott. Eierpusser. Eierpusser. Oh mein Gott. Oh shit. Ich geh ins Lager. Tschüss. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. MEI. Es geht ins Lager. Also, wenn ich zu Niveau los bin, dann sag Bescheid, dann hört nicht wieder auf. Nee, das ist grad passend für meine Videos. Meine Zuschauer kennen nichts anderes. Ja, meine auch nicht. MEI. Also, das ist ein unbeschreiblich schönes Lager. In diesem Lager wurde Hannibal gezeugt. Also, das ist einfach unglaublich fett hier. Oh. Zumal 90% der Kisten einfach leer sind. Ja, das glaub ich aber auch. Wollt ihr mich beleidigen? Gestern hast du gesagt, dass nur die, wo Schilder dran sind, voll sind. Also, ich zähle hier 7 mit Schildern und ungefähr 100.000 mit 8.000. Genau. Das ist einfach fetter, wenn ich reich bin. Gut gezählt. Aber ich bin schon reich. Ich hab jetzt schon mehr gefüllte Kisten als er. Und ich bin hier seit gestern. Aber ich hab auch gestern mein ganzes Geld im Shop rausgegeben. Und heute. Ja, und ich hab dir wieder was gespendet, ja? Ja, stimmt. Nur durch ihn werde ich so viel kaufen. Oh Gott. So nett bin ich noch, weißt du? Oh, das sieht ja auch schön aus. Voll hier. Oh Mann. Also die Aufnahme ist grad so sinnlos, dass ich gar nicht weiß, welchen Ort ich vor das Intro hauen soll. Ich weiß es auch nicht. Platsch! Jetzt gucken wir uns ein schönes Haus noch einmal ausmachen. Oh Gott. Es hört nicht auf. Oh mein Gott. Ich bin jetzt still. Ich höre jetzt auf damit, okay? Okay. Oh, es ist noch ein Pool. Wer will Poolparty? Poolparty! Jetzt hast du irgendwie... Ja! Wieso hast du eigentlich unten und oben einen Pool? Falls der obere zu voll wird, oder? Nee, wenn die Sonne hier untergeht. Okay, das... Weil die Sonne geht die Sonne unter. Das sieht auch schick aus, irgendwie. Löl, löl. Ich hab ein gutes, fettes, gutes Geist. Es kostet halt ein Tausend, aber was war... Was will bei mir? Und unten haben wir Blumen. Yay! Ach man. Ich kann... Ah, ich dachte schon, ich kann nicht reinfallen. So. Jetzt hab ich's auch. Oh, oh. Platsch! Flop! Warte, ich mach was anderes. Dann ertrink mir aber nicht. Guckt mal alle nach oben. Guckt mal alle nach oben. Achtung, Achtung. Beide nach oben gucken. Ja. Nicht hoch gehen. Komm mal. Das nennt man ein Arschklatzer. Waaaa! Waaaa! Ich seh ihn nicht mal. Ach da! Tjuu, wie ein Torpedo. Wie ein Torpedo. Oh, herrgott. Das erinnert mich gerade in der Aufnahme, in der Sie, wo wir Helikopter haben abschützt lassen. Auf dieser Art und Weise. Einfach nach Luft. Motor aus. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt gehen wir mal zu ihm, zum Sass. Okay, warte mal. Ich muss erst mal zu meiner Wohnung und so. So. Kannst du uns dann hinterher kommen? Äh, dann. Blackstil, du kannst ja dann grad zu mir kommen, nicht? Ja. So. Äh. Wichtig? Doch, wir sind wieder auch nicht bei ihm. Schneller muss das gehen. Ja, ich bin schon da. Aber es ist nichts Großartiges. Also, ja, meine lieben Zuschauer, ihr seht mal wieder meine klotz, äh, klotzige Art, Häuser zu bauen. Wie immer, Halb. Passend zu Minecraft. Passend zu Minecraft, ganz genau. Und, ja. Wo bleibst du, Blackstil? Ich mach hier grad so einen Rundgang ums ganze Haus, aber, äh, ja. Okay, warte mal. Jetzt muss ich sie mal holen. Ja. Das macht keine... Händen sie meine Augen noch? Das Ganze hier ist übrigens im Ghetto, äh, was man sich für 50, was war's, 50 Dollar kaufen kann beim, ähm, Server. Also, nichts Großartiges, auch nicht viel Platz und so. Aber, ja, immerhin besser als nichts, oder? Da bin ich ja froh, noch im Refugier wohnen zu dürfen. Aber kostet nicht so viel, also 50 Dollar. 50 kann man sich schon ziemlich gut leisten, ja. Hat da jetzt nur vier Blöcke Platz oder so? Auf einer steht eine Kiste, auf den anderen beiden ein Ofen und eine Werkbank. Wir sehen's ja gleich. Naja, drin ist doch ein bisschen was zu sehen, also von daher... Also doch sechs Blöcke, okay. Ja, genau, in etwa, oder auch nicht. Boah, meidech. Jetzt eine seriöse Frage. Soll ich mich jetzt benehmen, oder kann ich weiter so scheiße labern? Nee, 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 scheiße labern, das passt. Das passt. Ah, ja, das ist so ein... Stimmt, ein Schild bräuchte es eventuell auch noch, ja. Alter, hier sind ja alle heute so glücklich aus. Wo ist eure Kreativität? Ich, ich weiß, ich weiß, ich, 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 ich wundere mich über mich selber. Seine Kreativität, Fraken, seine Kreativität. Nicht meine, seine Kreativität. Oh, der ist so süß. Oh Gott, Entschuldigung. Warte mal, hier hast du genügend Kuchen zum Essen. Kannst du ihn damit füttern? Ja, oder gib ihm eine Karotte, oder ein bisschen Heu. Ja, stimmt, eine Karotte. Kannst du so ein Brot haben? Ja, Karotte, ich habe einfach Karotte. Ich, ich, ich... Gib mir meine Karotte wieder. Gib mir meine Karotte wieder. Warte mal. Ich will meine Karotte wieder haben. Jetzt. Ja, ich hasse eine. Ich glaube, der isst doch Karotten, wenn ich mich... Jetzt hast du die Karotte. Warte mal. Ey, was reitest du auf mein Pferd rum? Au, scheiße, nein, das war... 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 Was machst du denn da? Ich habe mich ins Pferd reingebracht und ich komme nicht raus. Ah, doch. Warte mal. Gib mir meine Karotte bitte wieder. Ich will wieder Freund sein vom Pferd. Ineffective, hier habe ich... Ich habe noch mehr Karotten. Hier ist noch eine. Die kannst du haben. So, Fütterungszeit. Oh Mann, das ist kitzig. Und übrigens, wenn du das Pferd rausholen willst, brauchst du zwei... Brauchst du zwei Türen. Ja. Das Pferd braucht zwei Türen. Ich wollte es einfach mal so bewahren, damit es... Oh, du darfst es nicht hauen. Du bist fies. Das ist ein Pferd, das hat mich nicht lieb. Oh, du darfst es doch nicht hauen. Oh. Mein lieber Hans-Peter, sie hat das nicht so gemeint. Doch, ich habe es ganz genau so gemeint. Hans-Peter, komm her. Ja, ja, cool. Oh Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mach dich fertig. Okay. So, ich denke mir, gehen wir weiter. Eine runde Dropbox. Spiele. Ja, ja, klar. Hier oben ist eigentlich nicht so viel zu sehen, aber da gibt es dann später auch noch was. Bitte, bitte Warp Drop. Könnt ihr auch eingeben, oder Dropbox. So reichen Drop. Warp Drop. Bin da. Bitte zuerst Schulter durchlesen. Dann tun mir das doch mal. Ich lese es jetzt mal vor.